Ich bin Gafar. Ich komme aus Afghanistan ursprünglich. Eine gefährliche Ecke der Welt. Probleme, die man sich hier sehr wenig vorstellen kann. Und das hat das so gebracht, dass ich die ganze Familie verloren habe und auch diejenigen, die geblieben waren in verschiedenen Ländern, weggeflüchtet. Seit etwa sieben Jahren bin ich hier in der Schweiz. Eigentlich habe ich es nicht geplant, in die Schweiz zu kommen. Mir war nur wichtig, okay, irgendwo ankommen, dass ich mir vorstellen kann, ich kann hier leben. Ich denke, ich bin ein Mensch, der jeden Tag mit sich selbst konfrontiert ist und jeden Tag lernt etwas und jeden Tag entwickelt etwas, jeden Tag verbessert sich, verbessert und verbessert. Auf dem Leben habe ich keine Wahl gehabt, mich für Motivation oder für Komfort zu entscheiden, sondern ich musste das. Im Laufe dieses sechs, sieben Jahren, acht Jahre jetzt fast in der Schweiz so viele gute Menschen, die mir sehr weit geholfen haben. Roland, mein Stoffvater, was ich sage zu ihm, der am Anfang mein Lehrer, nachher mein Mentor und jetzt so weit wie meine eigene Familie geworden wird. Was er alles, was er alles für mich getan hat. Ich habe in der Schweiz sehr viel bekommen und ich will nicht jemand sein, der das Ganze nur annimmt, aufnimmt, sondern dem Gesellschaft das zurückgeben kann, was er bekommen hat. Also ich sehe das als meine Aufgabe. Ich saß für einen Kaffee, ich saß im Bar, ich saß im Restaurant und ging mir Ideen los. Hey, da konnte man doch etwas anderes machen. Wie wäre es, wenn das Personal hier eine andere Laune hätten? Aber irgendwann wurde das fast eine Obsession geworden, dass es sich so weit nicht ausschalten konnte, diese Gedanken aus dem Kopf vom Gastro. Und da war mir klar, okay, ich muss in diese Branche gehen. Mit dem Gastro habe ich vielleicht am Anfang mir vorgestellt, ich arbeite nur im Bar und Service. Und irgendwann habe ich gedacht, nein, jetzt mache ich Ausbildungen in der Küche. Ich will alles kennenlernen von dem. Als ich begonnen hatte, einmal war in der Küche damals ein Kollege von mir und sie kam mit ihren Noten. 5,5 dem Lehrmeister gesagt und dann hat er mir gesagt, schau, das will ich auch von dir. Und ich habe gedacht, ich will mit 6 kommen. Und so konnte ich alle Semestern mit 6 abschließen. Beim Diplomfeiertag in der Schule, Berufsschule, dann habe ich gesehen, das einzige Name von mir steht da. Da habe ich irgendwie etwas doch Gutes gemacht. Gastronomie ist für mich und sollte auch eigentlich, ich wünsche mir, dass das auch für die Gesellschaft so sein sollte. Dass es nicht ein Ort ist, wo man rein als wirtschaftlichen Grund kommt, da etwas tut, sondern dass man das mit dieser Perspektive anschaut. Das ist ein Lokal zum Leben, zum Zusammenkommen, zum sich wohlfühlen, zum sich entspannen. Dann habe ich dann die Ausbildung in der Küche gehabt an der Berufsschule. Sobald ich mit dem fertig war, dann habe ich begonnen mit Wertepatent. Vor etwa einem Monat habe ich auch das abgeschlossen. Ich will auch in diesem Bereich mich selbstständig machen. Will ich etwas anbieten im Gastro-Bereich? Wo ist ein Ort ist, ein Lokal ist? Da drin wird viel kulturelles Angebot hin. Dass wir dafür sorgen können, dass die Gäste sich sowohl fühlen, wie sie zuhause sind. Jetzt bin ich dran, das Modul G1 fertig zu machen und sobald ich wieder Zeit habe, dann G2, G3. Also möglichst mich vertiefen in der Arbeit, was ich gerne mache. Ja. Ja.